Sommerpause 2023 Edition Aurum geht in die Sommerpause. Doch keine Sorge, eine quälende Lese-Desperation steht nicht zu befürchten. Aus unserem sexy, nassen und knisternd liebevollen Geschichten-Pool haben wir 26 heiße Urlaubstorys herausgesucht, mit denen du dir die Zeit versüßen kannst. Wir wünschen anregende, sommerliche Tage, bis wir am 17. August mit einer neuen, kribbelnd schönen Geschichte wieder für dich da sein werden. Die Themenwelt mit den feuchten Urlaubs- und Reisegeschichten